Mit deinem Lovehouse. Rina, jetzt kommt wieder unser Part. Putze, putze, putze. Hat doch sein Essen schon. Blubber, blubber. Oh, 5 Euro weg. Serviere das Essen. Echt, jetzt muss ich hier alles sauber gemacht. Dann kann ich gerade alles dreckig machen. Dann kann ich mich jetzt wieder entspannen. Genau, mir chille. Richtig hart beim Putzen. Das beruhigt die Sinne. Oh Mann. Habe eben erst gemerkt, dass ich kein Ladekabel da habe. Alter, bring die mal. Alter, Jürgen, mir haben da gesagt, dass die Ladekabel bei uns leihen. Okay, dann kommst du abholen, du Eierkopf. Servieren. Immer für Daddy. Immer für sie. Ich weiß nicht, wie ich es heißt. So, ich gebe Ihnen euch noch viel Spaß. Jo, mal beruhigt. Schön, dass du da warst. Vielen Dank für die ganze Subs, Mann. Echt nice. Ich laufe gut. Wir hören voneinander. Was, soll ich jetzt ein Lied singen noch, oder was? Hallo? Ich halte das Licht an. Nee, die soll im Dunklen essen. Das ist viel lustiger. Schmatz, schmatz. Bettina, Alice und Todd. Er hat doch schon zu essen. Was soll ich? Was, Bettina? Schon lustig. Mein Job hat jetzt ein Android. Oh, jetzt kommt der Held. Das ist gleich schade. Wie wäre es mit Papaya? Was tue ich? Mit dem Schenkel mal in. Sehr schlimm Kind. Sehr schlimm Kind. Was für ein Fits. Mein Bruder, wo? Boah, Alter, wie er einfach ausrascht. Hau ab mit dem Song. Warte auf eine Anweisung. Okay. Kann man noch irgendwas machen jetzt hier? So, in der Zeit, wo ich hier kurz vor dem Ausraste ist. Ich kann mich als die Crackpike vorbereiten. Was klotzt du so? Oh, nett. Was ist dein scheiß Problem? Rina, am besten halte ich dir jetzt die Auge zu. Ich glaube, der flippt gleich aus. Ich habe gerade einen Traum hier. Was? Glaubst du vielleicht, das ist einfach? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist? Hör auf mit den Drogen. Aber das finde ich gut, wenn die Fehler sich in ihre Kinder auslösen. Ich meine, die müssen ja wissen, wie es ist, ne? Okay, ich sage Bescheid, wenn ich wieder gut bekomme. Alles deine Schuld. Es ist alles deine Schuld. Alter. Er hat sie geschlagen, Mann. Wow, 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 wow. Komm wieder her. Komm, so farb mir her. Wird dir geflirtet oder was? Alter, da ist voll das Mundstall. Jetzt kann ich die Witter aufräumen. Alles ihre Schuld. Alles ihre Schuld. Du bleibst da. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder es ist jetzt was wie letztes Mal. Was war denn letztes Mal? Beweg dich nicht am Arsch, Alter. Ich muss nur freuen, ich muss putzen. Rina kann ich wieder gucken. Er geht jetzt quick rauf. Chat, soll ich mich bewegen? Soll ich mich nicht bewegen? Was meine da? Ich habe mich bewegt. Ja, geht zum Kind. Beweg dich nicht. Okay. RB. Jo, wovie Knöpfe soll ich noch drücken? So viele Finger habe ich gar nicht. Alter. Los. Setz dich mit deinem eigenen Willen durch, Roboter. Jetzt geht's ab. Truck für ihn. Truck, 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 truck. Beschütze Alice. Und auch auch Crack mit Daddy. Überzeuge Todd. Okay. Kind beschütze. Todd Überzeuger. Geh zum Kind. Ja, wir gehen zum Kind. Das ist einfach richtig. Lauf. Lauf. Boah, Alter. Er flippt komplett aus, ne? Waffe. Ohne die Waffe, Alter. Wichtig. Hohoho. Alter. Daddy. Daddy. Handlos sofort. Wir drücken auf jeden Fall ab, oder? Wobei das Problem ist, ach, wenn die Väter trotzdem so sind, wäre die Tochter ihr Vater lieb, oder? Schwierig, Mann. Schwierig. Eigentlich wüsst du, wenn er abknallt. So Menschen kriegt man nicht mehr geändert. Egal, was man macht, ne? Oh, okay. Wir können dann nämlich auch kleiner. Fuck. Wow, 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 wow. Bumfight. Oh, ne. Jetzt macht er noch ihr Haus kaputt. Ja, ein bisschen stück. Ein bisschen stück. Äh. Nein, fuck. Komm, werd dich, werd dich, werd dich, werd dich, werd dich, werd dich. Kratzen die Aue aus. B-b-b. Alter, so viel Taste. Oha. Komm, mir gewinnt doch, wir sind noch Roboter. Mir in Kraft. Oh. Ja, der hat gesetzt. Er wird sich nicht mehr zappelt. Das wird's mehr. Drück ab, wenn's geht. Ihr Geht. Okay. Wir haben vom Kind, das eh schon schwer geschädigt ist. Ja, der die erschoss. Naja, so schlimmer kannst du nicht mehr gehen, ne? Oh, jetzt flüchte mal noch. Okay. Äh. Zack. Ab nach Downtown. Oh man, sie muss das Blut wegmachen, das wird zufällig. Das haben wir gut gemacht, Chat. Wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Klar, wir werden dann getötet, aber es war zum Wohle vom Kind. Bist du? Äh, ja. Wär ich A-Streamer. Auf jeden Fall. Alter, wie viele Wege hat's hier gehabt. Es wird hier noch viel weiter gehen. Okay, das Ende wäre wahrscheinlich tot beruhig gewesen. Ähm. Müssen wir über Discord oder Ingame laufen. Ja, ist egal. Können wir beides machen, wenn wir schon was finden. Alter, mir hätte hier noch richtig viele Optionen gehabt. Das war ein relativ schneller Durchlauf jetzt. Boah, das tut 23% abgeschlossen. Das ist schon fast scheiße. Oder über Joghurtbecher. Ich würde sagen, wir machen das über Joghurtbecher. Und dann nehmen wir noch 400 Kilometer Kabel. Ich glaube, dass man gestören kann. Oh man. Äh, bevor wir jetzt fortfahren, mache ich noch eine schnelle Zigarettepause. Und dann sehen wir uns in 5 Minuten.